Hallo, ich bin die Bettina. Ich hatte heute einen wundervollen Tag mit der Adrienne und meinen lieben Mitkollegen beim Mahlen. Es war einerseits sehr entspannend, aber auch sehr anstrengend. Wir haben ganz, ganz tolle Werke geschaffen und waren natürlich jederzeit unterstützt von der Adrienne, die hat das ganz toll gemacht und ich glaube, wir sind alle sehr stolz auf unsere schönen Kunstwerke, die wir geschafft haben. Danke!